so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es von geicher die pounding napalm von pyro rebels ich glaube so ist die serie zumindest so hieß die leute also jetzt erstmal grüße an daniel du hast sie mir empfohlen ohne die hätte ich die nicht kennengelernt kostet 20 euro habe ich von pyro land ist ungefähr wie die ambush nur dass sie halt wirklich hier auf schlag 1 2 3 4 5 6 6 salben glaube ich immer raus schießt also sechs mal heuler zu bouquet also richtig richtig geil ja wenn das hier das effektbild sein soll das ist auf jeden fall 1 zu 1 natürlich nicht leute und mal schnell hinten drauf auf die nm die war bei geicher auch irgendwie ganz komisch versteckt da oben 297 gramm hier steht und ich habe jetzt viel spaß bei der pounding napalm vom geicher ich habe mega bock auf das teil und freue mich die bekommen zu haben viel spaß da gerade jetzt die pounding napalm immer noch kurz an 0 uhr anzündschnur haupt anzündschnur die war das noch mal ganz schön die war das noch mal ganz schön äh sorry sorry let's go manufactured bad 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 full bad pdf bad Bis zum nächsten Mal.